Dankeschön. Nicht vergessen. Foto. Das wäre super. Foto. Das wäre super. Das wäre super. Und Sie wissen ungefähr, wann Sie dran kommen, ne? Weil jeder will ein Foto noch haben von ihr. So, Sie sind in der Reise. Jetzt ist der Schluss. Ich schätze, dass Sie in zweieinhalb Stunden dran sind. Das ist hier live von Saturn. Alle warten auf Sandra. Alles junge Leute aus den 80er Jahren. Die kennen Sie noch von früher, ne? War richtig so, ne? Wunderbar, was geht jetzt?